Es ist der Appell einer verzweifelten Mutter. Keren Shem fürchtet um das Leben ihrer Tochter Mia, die von der Hamas aus Israel in den Gazastreifen verschleppt wurde. Die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe veröffentlichte ein Video, auf dem die junge französisch-israelische Frau zu sehen sein soll. Wir sehen, dass ihre Hand verletzt ist. Sie wurde operiert. Ich sehe, dass sie verletzt ist. Ich sehe, dass sie sehr verängstigt ist. Ich sehe, dass sie das sagt, was man ihr befiehlt. Ich sehe, dass sie in einem stabilen Zustand ist, aber ich mache mir große Sorgen um sie. In dem Video sagt die junge Frau auf Hebräisch, dass sie aus dem Zentrum Israels Stamme im Gazastreifen festgehalten und gut behandelt werde. Ihre Mutter fleht um das Leben ihrer Tochter und der anderen Geiseln. Ich bitte die Staatenlenker der Welt, alle unsere Geiseln nach Hause zu bringen, denn wir haben einen verrückten Terroranschlag erlebt, der in Israel stattgefunden hat und morgen in Frankreich und übermorgen in den Vereinigten Staaten geschehen könnte. Und der Feind ist sehr grausam. Es ist ein echtes Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nach israelischen Angaben wurden bei dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober 199 Menschen entführt. Die Hamas selbst sprach am Montag von 200 bis 250 Geiseln.